Ich bin auch blind. Hallo, dich haben wir schon. Dich da? Dich da. Das kann ich nicht. Und die stehen da hinten immer noch nie angewurzelt rum. Mach was, was ich kann, bitte. Jawohl. Wir sind die Supertänzer. Nein, das kann ich doch nicht. Verdammt. Hallo, ich will dich da. Und der holt auch wieder Kumpel. Das kannst du mal auch so ein Kumpel zu holen. Hör auf zu grunzen. Ach, ich muss irgendeine wischen, der alleine rumsteht. Du da hinten. Ach nee, den haben wir schon. Irgendeinen, den wir noch nicht haben vielleicht. Hier so ein Baby. Babys sind einfach. Ja, bitte was, was wir können. Immer noch. Menuh, das klappt alles nicht. Doch, jetzt aber. Ne, das wird nicht reichen. Das wird nicht reichen. Nochmal, 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 nochmal. Nochmal. Nein, nicht weg. Bleib hier. Bleibst du hier? Oder ich friss dich. Mann, ey. Ich glaube, ich rotte sie gleich aus. Ich habe keine Geduld für sowas. Mach doch mal was, was ich kann. Ja, das bringt jetzt auch nicht mehr. Den haben wir schon. Den haben wir noch nicht. Zu wieviel wollt ihr das denn bitte noch machen? Zu viert. Na, ist toll. Ich habe noch nie einen tanzenden Drachen gesehen. Das kann einfach nicht gut gehen hier. Tanz bitte. Das könnte vielleicht gerade so reichen. Reich, 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 reich. Oh nein. So knapp. Nochmal. Nochmal. Ja, am besten zu 20. Manu, ich kann das nicht. Das wird nichts. Ich glaube, ich gebe es auf. Aber ich muss nur noch einen hier kriegen. Das gibt es doch nicht. Hey, du Baby. Du siehst anspruchslos aus. Und holst dir gleich drei Dicke dazu. Na toll. Ich kann das nicht zum letzten Mal. Ja, hör auf zu nörgeln. Mann, ey. Ich fress euch gleich. Die Schnauze voll hier. Ich gehe woanders hin. Wo gehe ich denn jetzt hin? Ich gehe da oben hin. Vielleicht sind die cooler. Hallo, ihr da. Oh. Ich glaube, ihr mögt uns nicht. Egal, ich fress sie gleich. Au. Wenn sie mich nicht fressen. Oh, nicht sterben. Ich will nicht sterben. Bin zu jung zum Sterben. Das war knapp. Das war wirklich knapp. Regeneration, please. Das ist nett. Hä? Okay, ich muss noch drei davon töten. Das kriege ich hin. Wenn ihr so schön einzeln kommt, dann ist das ja mal überhaupt kein Problem. Hey, du da. Ich habe nicht drauf geachtet, was für HP der hat, beziehungsweise was der eigentlich alles kann. Wahrer Knuddel. Klingt nett. Ja, und ihr könnt Eier legen, so viel ihr wollt. Ich mache euch sowieso tot. Komm mal hier. Das ist jetzt mein Nest. Mein Nest. Dankeschön. Und der andere ist direkt despawned. Jawohl. Oh, Mann, 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 Mann. Das ist alles so stressig hier. Guck mal, diese Kinderspiele. Die sind so anstrengend. Okay. Sollen wir uns noch mal wagen und rüber gehen und uns da Kumpels holen? Ich weiß ja... Oh. Bei denen weiß man nicht, wie die drauf sind. Ich probiere es mal. Ihr seid auf jeden Fall groß. Groß ist gut. Hallo. Die Geräusche passen irgendwie überhaupt nicht dazu. Bitte tanzt die ganze Zeit weiter. Das können wir wenigstens. Nein, das können wir nicht so gut. Bitte tanzt, tanzt. Nein, das war so klar. Bitte tanzt, bitte tanzt, tanzt, tanzt. Tanz oder sing. Jawohl. Das können wir sogar schaffen. Jawollo. Den ersten haben wir. Und wenn die alle nur noch zu zweit kommen... Na, bitte bleibt zu zweit, zu zweit. Nein, sie sind zu dritt. Nein, sie machen was, was wir nicht können. Mann, no. Ich hasse das. Wir haben 169 DNA. Ah, das ist nicht so viel. Wisst ihr was? Wir gehen zum Heimatnest. Ab geht die Post. Tschüss. Und wir kommen gleich wieder. Ich will nur noch schnell bezaubern lernen. Damit wir euch nicht anaufressen müssen, was natürlich nicht schlimm wäre, für mich jedenfalls. Aber für euch ein bisschen. Da ist schon wieder irgendwas... Oh, der ist immer noch da. Mann, no. Geh weg von meinem Nest. Ich mag dich nicht. Hallo, du da. Ich muss nur ganz kurz mal in den Editor. Ich kann nicht in den Editor. Ich hab noch nicht DNA gesammelt, oder was? Ah. Oh Mann, du bist doch groß. Geh weg. Wow. Wow. Okay, jetzt hat er sich ja festgebackt. Ich hoffe, da bleibt der auch. Hm. Gibt's hier in der Nähe noch irgendwo ein... Okay, da ist ein Kumpelnest. Ich will gar nicht wissen, was er da auseinander nimmt. Ich hoffe, keinen Kameraden. Hier ist ein Kumpelnest. Hallo, ihr komischen Dinge. Ihr habt sogar noch ein kleines Nest. Und jeder seid nett oder ihr seid böse. Ich glaub, euch fress ich mal schnell. Oh, ich fress ich schnell. Ah, fressen hab ich gesagt. Gehirn. Gehirn. Jippieajey. Wow, die ganze DNA ist in deinem Kopf gelandet. Dein besonders großes Gehirn lässt nun eine dritte Kreatur in deinem Rudel zu. Oh, wie schön. Also nochmal kurz nach Hause. Was hüpft denn da wieder rum? Da ist ein riesengroßes... Ich will die ganzen Teile hier sammeln gehen. Aber ich glaube, da springt gleich dieses Riesenvieh rum. Was ist denn das? Ich glaube, ich töte euch. Okay, das bringt Punkte, wenn ich Eier kaputt mache. Ich bin ein Eierdieb. Ich bin ein Eierdieb. Da hinten rennen wieder ein Haufen Viecher durch die Gegend. Beißerchen. Die mögen uns nicht. Ich möchte... Was ist das hier? Ich hab keine Ahnung. Und ich hör schon wieder komische Dinge. Ich hab Angst hier. Ich will erstmal kurz nach Hause. Und da liegt noch ein ungroßes... Oh, stopp. Trau ich mich? Ich trau mich kurz. Schnell, schnell, schnell. Schnell weg! Schnell weg! Okay, er hat was anderes zum Auseinandernehmen gefunden. Das ist gut. Der ist mir viel zu sehr in der Nähe von unserem Nest. Das gefällt mir nicht. Und die Sonne geht auf. Wie schön. Hallo, du... Äh... Kollegah. Kommst du mal mit? Das war einfach. Und... Eigentlich wollte ich mich doch kurz weiterentwickeln. Was ich nicht kann. Wieso kann ich nicht mehr in den Editor gehen? Ach doch, da bist du ja. Dich hab ich gesucht. Nur ganz kurz. Nicht lang. Ist okay. Das kennen wir schon. Tanzende... Tanzende Drachen sind ja sowieso total in. Jawohl, was wollte ich denn lernen? Ich wollte schnell bezaubern lernen. Wir haben ja jetzt genug Punkte. Ich wollte noch mal kurz gucken. Nein, 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 nein. Keine Spielereien. Nur kurz bezaubern lernen. Details. Wie sehen die denn aus? Würde ich gerne wissen. Äh, ich ignoriere es jetzt erstmal. Bezaubern Stufe 1. Stufe 2. Hm. Prunkpuschel. Nein. So was? Ähm. Lebenssauger. Hm. Oh, so coole Sachen. So coole Sachen. Äh, was haben wir denn? Was haben wir denn? Stufe 2 bezaubern wäre schon mal toll. Ich glaube, ich nehme sowas. Pack das einfach da hin. Und mach das ein bisschen kleiner. So. Oder? Warte mal. Muss mal ranzoomen. Zoom, 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 zoom. Hier vielleicht. Oder? Nee, dann doch lieber zwei so. Hörny Ansätze. So. So ist okay. Kann man so nehmen. Ich will mal mit dem Mausrad rausscrollen, aber es geht leider nicht. Okay, und dann können wir das noch schnell in irgendwas Sinnvolles investieren. So was wie... Ähm. Coole Hände. Haben wir noch coole Hände? Schlagen, posieren, Stufe 2. Eigentlich ja nicht schlecht, ne? Ich glaube, so was nehme ich mit. Oder ich nehme die Füße. Wir hatten doch neue Füße. Geschwindigkeitsstufe 4. Tanzen, Stufe 4. Sprinten, Stufe 3. Ich nehme die Füße mit. Aber sowas von. Die sehen ja mal so hässlich aus. Na, so geht's wieder. Okay, und jetzt haben wir noch 131. Das heißt, wir können gerade so die Hände kaufen, wenn wir die hier verkaufen. Jawohl. Und die müssen natürlich auch noch kleiner. Nein, was habe ich getan? Jetzt habe ich gerade irgendwas kaputt gemacht. Sieht nicht mehr so aus wie vorher. Das geht so nicht. Na, irgendwie will das nicht. So ein bisschen. Sieht irgendwie komisch aus, ne? Ist zu lang. Aber ich kann das auch nicht viel. Ich lasse das jetzt so. So, das ist okay. 6 DNA übrig. Das war ganz gut und ganz schnell. Nein, ich wollte die Farbe noch ändern. Ah, ich bin doch blöd. Egal. Was habt ihr denn jetzt für dicke Füße? Habe ich jetzt nicht gesehen. Deine Spezies wandert zu Amnest. Folge ihnen. Ja, das machen wir. Benutze deine Übersichtskarte. Ja, das wissen wir schon. Ja, das machen wir schon. Ja, das machen wir schon. Untertitelung des ZDF für funk, 2017